Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, schön dass du auch wieder mit dabei bist, auf der IFA in Berlin hat Eureka den neuen E20 Plus präsentiert. Habe ich euch ja in meinem IFA Highlight Video schon gezeigt und nun hatte ich die Möglichkeit diesen saugwrische Roboter bei mir auch im Alltag mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und zu testen. Und ich muss sagen preis-leistungstechnisch sehr sehr nice, aber was wir alles geboten bekommen haben, das zeige ich euch natürlich in diesem Video. Let's go! Der Iureka E20 Plus ist eine Weiterentwicklung des beliebten E10S und die ganzen Infos dazu findet ihr natürlich schon mal direkt unten in der Videobeschreibung. Also falls ihr schon mal nachschauen möchtet, könnt ihr es gerne jetzt schon mal machen. Und es gibt ja in puncto Leistung und Funktionalität nochmal deutliche Verbesserungen. Das Design bleibt minimalistisch und funktional und wir haben jetzt hier so ein Pull-Up-Handle. Damit können wir jetzt einfach den Staubbehälter hier entnehmen. Ist natürlich auch weiterhin beutellos. Somit ist das natürlich dann auch nochmal stressfreier bei der Entleerung. Und ich muss sagen, designtechnisch gefällt es mir auf jeden Fall gut. Auch gerade mit diesen lilanen Elementen und so weiter. Macht sich gut in der Wohnung. Außerdem unterstützt der E20 Plus nun jetzt auch mehrere Etagenpläne. Also falls ihr den auf mehreren Etagen einsetzen möchtet, könnt ihr das natürlich jetzt auch machen. Ein großes Upgrade gegenüber dem Vorgänger ist vor allem die Saugleistung. Der E20 Plus bietet 8000 Passkeil-Saugleistung, was besonders bei Teppichen oder natürlich auch in Bereichen mit schweren Verschmutzungen eine große Verbesserung darstellt. Im Vergleich zum E10S hat sich somit die Saugkraft um 100% gesteigert. Damit reinigt der E20 Plus nicht nur effizienter, sondern entfernt auch hartdäckigen Schmutz und Tierhaare noch gründlicher. Ein weiteres Highlight ist das Anti-Haar-Verwicklungsdesign der V-förmigen Gummiewalzenbürste. Die Haarverwicklung um 14% reduziert, also wirklich auch ideal für Haushalte mit Haustieren. Und dank dieser Funktion bleibt natürlich auch der Wartungsaufwand minimal. Der E20 Plus, der verwendet hier auch die Duo Detect AI 3D-Hinderniserkennung, die auf zwei LiDAR Light Detectic Sensors basiert. Diese Sensoren helfen dem Roboter Hindernisse zu erkennen und sicher durch den Raum zu navigieren, selbst in Umgebungen mit wenig Licht. Zudem kann der E20 Plus Schwellen von bis zu 20 mm überwinden, was ihn natürlich auch ideal für den Einsatz auf Teppichen und anderen Erhöhungen macht. Der E20 Plus ist ein echter 2-in-1-Roboter, der sowohl saugen als auch wischen kann. Er kann die Aufgaben für bis zu 300 Quadratmeter mit einer einzigen Akkulaufzeit bewältigen, wobei die maximale Laufzeit bei beeindruckenden 180 Minuten liegt. Besonders praktisch, er verfügt über einen 10 mm Mob-Hebemechanismus, der dafür sorgt, dass Teppiche beim Wischen trocken bleiben. Das Filtersystem des E20 Plus besteht aus fünf Stufen, einschließlich Multizyklon, MIF-Filter, einem hochwertigen Filtertuch und HEPA-Filtern. Diese sorgen dafür, dass selbst feinste Partikel effizient gefiltert werden. Von der Saug- und Wischleistung hat er mir auf jeden Fall auch gut im Alltag gefallen. Der ganze Schmutz, den wir hier sehen, der wurde schön effizient aufgenommen und der Boden gewischt. Man muss allerdings bedenken, dass wir hier keinen vibrierenden Wischmob oder drehenden Wischmob haben, sondern das Wischtuch wird einfach über den Boden gezogen. Das auf jeden Fall als Hinweis. Gestollt wird der Roboter über die Eureka-App. Ich würde sagen, die schauen wir uns kurz noch einmal an. Blende ich euch hier ein und so sieht die Übersichtsseite aus. Da klicken wir doch jetzt erstmal hier rauf und dann sehen wir hier auch die Karte. Hier kann ich natürlich zum einen die volle Reinigung starten, aber auch nur bestimmte Zimmer. Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt nur den Bereich B jetzt zum Beispiel gereinigt haben, kann ich das einstellen. Oder ich kann auch verschiedene Zonen einstellen. Also wenn ich jetzt hier einen Reinigungsbereich habe, der soll nur hier oben sein, weil da ist besonders viel Schmutz, kann man das natürlich einstellen. Und ich kann auch die Saugkraft einstellen von ganz wenig, also von eher ruhig, wenn ihr es ruhiger haben möchtet. Oder halt auf Turbo, maximale Power. Genauso auch mit der Wischintensität, auch das könnt ihr hier einstellen. Und ihr könnt natürlich dann auch sagen, nur Staubsaugen, kein Wischen, je nachdem, ob ihr das Ganze haben möchtet. Und den Teppichmodus empfehle ich euch auf jeden Fall, dann wird die Saugkraft nämlich erhöht, wenn der Saugroboter über an den Teppich fährt. Darüber hinaus kann man natürlich auch Sperrzonen einpassen. Also zum Beispiel virtuelle Wände oder auch eine Sperrzone auf dem Boden, die jetzt nicht gereinigt werden soll oder auch hier nicht gewischt werden soll. Das finde ich auf jeden Fall ganz praktisch. Also hier kann ich jetzt einfach eine virtuelle Wand ziehen, wenn ich sage, okay, er soll bitte nicht über diese virtuelle Wand fahren. Ich kann eine Sperrzone einrichten, wenn ich zum Beispiel sage, okay, da soll er nicht hinfahren. Oder eine Nichtwischzone, zum Beispiel in diesem Bereich, da soll nicht gewischt werden. Kann man alles einstellen, finde ich super praktisch. Und ich muss sagen, die App, ja, die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Der Wassertank befindet sich dann auch direkt am Roboter an sich. Also der könnte hinten dieses Element entfernen und dann können wir hier natürlich Wasser nachfüllen und ihr bekommt auch eine Benachtigung, wenn dieser Wassertank hier zur Neige geht. Wenn der leer geht, kriegt ihr alles dann direkt eine Push-Benachrichtigung, dann könnt ihr wieder auffüllen. Der E20 Plus bleibt seinen Ligen natürlich treu und hat wie gesagt auch einen beutellosen Behälter. Das bedeutet, dass keine teuren Staubbeutel nachgekauft werden müssen, was natürlich auch bares Geld jährlich spart. Und das Multi-Zyklon-System trennt hier 98% des Staubes und Schmutzes, bevor diese den Filter erreichen, was die Lebensdauer des Filters auch nochmal verlängert. Je nach Staubanfall müsst ihr den Behälter so alle 40 bis 50 Tage natürlich dann auch entleeren, aber das geht super simpel. Der E20 Plus unterschließt per Sprachsteuerung mit Alexa, Google Assistant und Siri, sodass ihr jetzt auch natürlich einfach per Sprachbefehl den Roboter auf die Reise schicken könnt. Zusammengefasst gefällt mir der E20 Plus hier auf jeden Fall echt gut im Alltag. Es ist eine deutliche Weiterentwicklung zum beliebten E-CNS von Eureka. Gerade natürlich zum einen mit der gut funktionierenden Smartphone-App, das auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt ist. Dem beutellosen Design einer Saugkraft von 8000 Pascal, einer guten Hinderniserkennung und auch einem soliden Wischsystem ist es hier auf jeden Fall ein echt praktischer Sauger im Alltag. Alle Infos und Links findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt das auf jeden Fall einmal ab, da kriegt ihr noch weitere Infos dazu und natürlich auch den aktuellen Preis. Also das war es von meiner Seite aus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!